In der letzten Folge haben wir den epischen Bogen bekommen und zugleich auch noch einige Pfeile mit Feuerpfeilen bzw. Pfeilen, die wir anbrennen können durch Fackeln, was eine sehr coole Sache ist. Und wir haben einen Zwischenboss besiegt und dadurch diesen Schlüssel bekommen. Mit dem können wir jetzt hier weiterspielen. Dann zeig doch mal her. Okay, ist bisher nicht gefährlich. Ah, aber irgendwie kommen wir nicht weiter. Gibt es einen Augenschalter irgendwie? Nee. Hä? Was ist das für ein komischer Weg? Okay, das ist mysteriös. Der Weg ist auch noch zu. Wo geht es denn weiter? So, da wären wir wieder im Haupttraum. Warum ich hier einen Schalter hatte, der Grund, dass ich hier noch Fackeln gesehen habe. Ja, erst mal diese hier und dann auch noch diese hier. Und... Ach, das ist ein Dispenser. Die schießen auf einen. Das ist ja dreist. Wow. Krass. Das ist mir gar nicht aufgefallen worden. Wie mies. Oh nein. Jetzt kommen die ganzen Spinner hier wieder. Scheiße. Kratzt ab, Mann. Fuck. Oh je. Aber das Gute ist, mit dem Fall, den wir jetzt kriegen, können wir jetzt endlich mal was anfangen. Ja, also. Ich glaube es... Ach, scheiße. Jetzt kommen wir dann die nächsten Spinner direkt wieder. Ist klar. Ich dachte, wir hätten noch irgendwo einen Augenschalter gehabt. War das nicht hier? Da ist noch ein Schalter. Okay. Ne, das war nicht hier. Dann war das in irgendeinem von diesen Räumen hier. Hier auch nicht. Okay, WTF. Hä, ich hab nicht... Noch nicht falsch erinnert? Ich war mir relativ sicher eigentlich, dass es irgendwo noch einen Augenschalter gab. Doch, hier. Genau, genau. Hier. Wollte ich schon sagen. War mir doch so sicher. Okay, das gibt uns aber nur einen Pixellink. Ist natürlich schön und gut. Oh, ich hab acht. Okay, wir brauchen zehn, ne? Ja, ist schön und gut, aber ich hab eigentlich auf einen Schlüssel oder so gehofft. Was hab ich denn bekommen? Snakerope. Wusstest du das schon lange, ein ganzes Leben lang wachsen? Also wenn das stimmen sollte, wusste ich tatsächlich nicht. Nein. Nice to know. Unnützes Wissen. Ja, das ist alles schön und gut, aber wo geht's denn weiter? Ehrlich gesagt, hab ich gerade nicht so viel Ahnung und bin jetzt so ein bisschen aufgeschmissen. Okay, Leute. Ich muss mich entschuldigen. Ich war sehr lost. Ich hab nämlich nicht gesehen, dass ich noch einen Schlüssel im Inventar habe. Ich dachte, den hätten wir bereits eingesetzt. Haben wir aber gar nicht. Okay, dann geht's nämlich hier weiter. Ja, aber das ist irgendwie allein die Musik, ne? Das ist... Das hat einfach diese... Drückt so Verzweiflung aus und ich war jetzt auch gerade schon so, öh, wo geht's weiter? Aber zum Glück haben wir einen Silberkeel und damit geht's weiter. Okay. Ja, sorry. Das hab ich gar nicht gerafft irgendwie gerade. Ich dachte, ich hätte keinen mehr. Ach, hier sind jetzt die Creeper eingesperrt. Das ist ja witzig. Kann ich euch irgendwie durch die Gittern durch abschießen vielleicht? Nee, ne? Hm. Gut. Ja, sie haben sich eingesperrt und ist alles gut. Aber irgendwie... Hab ich ein bisschen Schiss bei den Schaltern hier. Dass sie vielleicht noch rausgelassen werden. Das hatten wir schon mal im Wasserdungeon. Was war das? Alter. Erschreckt mich nicht so. Da kam gerade dieses Tischgeräusch. Aber da ist doch alles gut. Was? Alter. Hört mal diesen Geräusch schon auf, Mann. Da kam schon wieder das Geräusch. Ach, und jetzt geht's hier auf. Okay. Ja, gut. Dann können wir ja gehen eigentlich. Ist doch alles gut. Was? 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 Komm, da fallen euch die Pfeile rein. Die wurde freigelassen. Nicht schon wieder, Alter. Lass doch die Scheiße sein, Mann. Boah. Nee, sorry. Aber da baller ich die Pfeile rein, weil, ey. Ey, die Creeper machen so krass viel Schaden. Das hatten wir schon im letzten Dungeon. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich auf Hart spiele, dass ich Creeper so viel Schaden machen. Weil der hatte mich letztes Mal nicht mal richtig getroffen. Und trotzdem hat er mich auf ein halbes Herz runtergeballert. Also, nee. Nee, 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 nee. Ja, das ist mir zu krass. Das ist doch jetzt eine Vollidiot, ey. Wo kommt die denn her? Ist irgendwas in ein Loch gefallen oder das? Mit die F. Ja, gut. Aber dann geht's wieder unten weiter. Den Weg cutte ich aber natürlich. Also, bis gleich. Ja, ja. Dieser Dungeon ist wirklich fordert, muss man sagen. Und, äh. Ja, auch wenn ich jetzt wirklich besser bin als früher. Ich bin nicht ganz so lost. Ach, diese Musik. Ich weiß nicht, was es ist. Diese Musik irgendwie, die Atmosphäre. Es ist einfach, äh, ja. Diese Sucherei gerade. Ich hab jetzt nicht so lange gesucht, aber. Ich war trotzdem kurz lost. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das passiert, aber. Wie gesagt. Dieser Dungeon hat halt irgendwie immer etwas an sich. Was das hinkriegt. Und sehr cool, dass wir hier noch einmal, ähm. Ja, diese neue Technik hier ausprobieren oder nutzen müssen. Ah ja, hier kriegt man sogar angezeigt, wie man schon getroffen hat. Und jetzt können wir eigentlich die Fackeln, die schon stehen, auch nutzen, ne. Um die Fackeln zu treffen, die noch nicht, oder? Ah, nee, das geht nicht. Das geht nicht, weil wir müssen ja hier den Pfeil entzünden. Sehr cool, aber. Ja, das müsste es gewesen sein. Ja, nice. Und jetzt. Ah, okay, es fallen hier Blöcke runter und damit können wir jetzt da weitermachen. Cool. Also ich mag diese Sorgen richtig nichts. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist mega nice. Und jetzt, ja genau, jetzt kommen wir hier weiter. Und, oh, die sind hier schon wieder. Die sind so scheiße. Ich hasse die. So, gut, gleich. Ja, früher gab es ja noch in diesem Dungeon einen Redstone-Labyrinth, was verpackt war früher. Das haben sie jetzt ja ausgetauscht durch diesen Raum mit dem Licht, glaube ich. Finde ich auch irgendwie gut. Äh. Denn das ist ja irgendwie auch nicht so ganz witzig. Okay, und das ist jetzt auch eine ganz coole Sache, wenn man sich jetzt hier nämlich draus stellt und man hier drüber geblasen. Oder auch nicht. Doch. So, jetzt. Oder auch nicht. Lol. Ich bin lost. Scheiße, Mann. Ja, also die Ideen sind wirklich sehr, sehr geil. Ich finde, man merkt auch wirklich von Dungeon zu Dungeon, wie die Ideen krasser werden. Gerade die Idee finde ich mega geil mit diesem Pfeil anbrennen. Ich habe es schon oft gesagt, ich weiß. Aber ich finde es einfach zu cool. Das ist ja nice. Was kommt jetzt? Oh, hier wird es wieder ganz offen. Das mag ich auch. Das ist ein cooles Design-Elevance, wie das hier ab und zu geöffnet ist. Oh nein. Das sind ja schon wieder weitere Spinner. Das gibt es doch gar nicht. Komm, kratzt ab hier. Ich bin doch eh nichts. Äh, drei Augen bewachen, bewachen das Tor. Okay. Aha. Mit Augen sind diese Augenschalter gemeint. Und es gibt drei Stück, die wir wohl finden müssen. Okay, mal wieder ein, ja, Rätsel. So ganz Zelda-typisch. Das finde ich auch sehr cool. Das ist mir generell aufgefallen, im Vergleich zur alten Version wurden viele neue Rätsel hinzugefügt. Das finde ich sehr, sehr cool. Das muss man schon sagen, die gab es früher sehr wenig nur. Und das ist jetzt sehr nice, dass sie das, ja, so zugefügt haben. Sehr schön. Und das war richtig. Ja, nice. Okay, Krüger. Und wir erhalten den Master-Key. Und damit können wir diesen Dungeon auch abschließen. Ja, war glaube ich bisher der längste. Obwohl, ich glaube für den dritten Dungeon habe ich etwa gleich lang gebraucht. Jawohl, also jetzt rein Let's Play, also von der Let's Play-Zeit war es gleich lang. Zieht man die Zeit ab, die ich rausgekartet habe, dann war es doch länger als der dritte. Und komplexer und anspruchsvoller war es definitiv. Also, der Dungeon ist, wie gesagt, nochmal eine andere Hausnummer. Das merkt man schon. Aber sowohl vom Design und auch gameplaytechnisch, finde ich, ist das nochmal eine deutliche Steigerung. Gut, ich glaube, ich habe nicht alle Secrets gefunden, weil ich die Fackeln nicht überall angezündet habe. Aber ich sehe auch gerade, ob eigentlich nichts, wo noch eine Fackel anzuzünden wäre. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zum Boss. Ja. Ich fühle mich bereit. Und bin gespannt, wer mich hier erwarten wird. Ich brauche mal eine Heilung. Ich brauche gar nicht alles. Ah, und dieses Mal wollen mich noch Skorpione vom Boss abhalten. Aber ihr könnt mich mal so richtig hart... Deswegen habe ich mir echt noch ein paar Krüge dagelassen. Naja, war wohl geschickt. Okay, und das ist hier unsere Kampf-Arena. Wow. Okay, ich gehe direkt voll ab. Kledermäuse und Bogenschützen. Und Musik, die auch krass ist. Sehr geil. Was ist das für eine Musik? Die kommt mir sehr bekannt vor. Woher ist die? Wow, krass. Was geht denn jetzt ab? Alter. Scheiße. Ich muss es abschalten. Ich klede auch so eine Bombe rein. Skyward Sword, glaube ich. Ja, das ist Skyward Sword. Ja, ich glaube, das kann ich gerade nicht genau sagen. Alter, es geht so viel zu sehr ab. Herzen, Herzen. Das ist viel zu krass. Wartet. Ich werde mal den Bogen nehmen. Vor allem wegen dem Bogen schützen. Der muss weg. Ja, sehr gut. Sehr nice. Ich meine, es liegen ja genügend Teile rum. Wir können den Bogen nutzen. Und das ist der Boss-Gegner. Garst. Wow, 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 wow. Was zum Teufel? Scheiße, der Wohnschütz ein. Nein. Okay, krass, das ist krass. Ich brauche Leben irgendwie. Boah, der schießt irgendwie diese Bomben oder so. Krass. Ich meine, das ist eigentlich so, der Gast aus Minecraft. Der sieht nicht so stark. Aber die Firma ist irgendwie. Okay. Scheiße. Boah, fuck. Okay, ich versuche ihn. Wo ist er? Oh, der kann sich porten. Geil, Mann. Boah, das ist krass, das ist krass. Wo ist er? Boah, direkt über mir. Boah, das macht keiner ab. Ach, du Scheiße. Die geht so voll ab. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden diese Bomben machen. Geil, Mann. Alter, der hat voll viele Leben. Kratz ab. Du Drecksker, Mann. BAM. In der Phase. Und echt viele Leben. Boah, scheiße, Mann. Fuck. Ich habe mich nicht von diesen Bomben fetten lassen. Die machen es auch für Schaden. Dann hat er irgendwie sehr viele Leben. Boah, jetzt noch down. Krass. Das war heftig. Und die Musik geht auch voller, keine ab. Wow. Was zum Teufel. Das war ein kranker Kampf. Und wir haben das letzte Amulett erhalten. Du hast das Amulett der Weichheit erhalten. Das ist das letzte. Okay. Boah. Erstmal muss ich mich beruhigen. Ein krasser Kampf. Sehr, sehr cool. Nicht so cool wie der letzte, muss ich sagen. Aber das war auch klar, weil der letzte war ja schon extrem geil gemacht. Mit dieser, mit dieser Schildkröte. Trotzdem ein krasser Anstieg im Vergleich zu dem, wie es früher war. Früher war der Kampf ja sehr, sehr läppisch, muss man sagen. Also der wurde sehr, sehr episch gemacht. Auch mit dem, wie er sich teleportiert hat. Und diese Bomben geschossen hat und so. Also sehr, sehr cool. Ja, aber ich habe ihn trotzdem für First Trides. Auch wenn es, ja, war ein bisschen knapp tatsächlich, ne. Ich meine, der hat, ähm, ich glaube noch ein oder zwei Treffer und dann wäre ich down gewesen. Also, war schon gar nicht so ohne. Ja, und damit haben wir diesen Dungeon abgeschlossen. Zumindest wenn ich hier hochkommen würde. Puh, ein krasser Dungeon. Und deshalb, nichts wie raus hier. Hi, 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 hi. Das war heftig. Oh, beziehungsweise, ja. Gut, die Barriere hier geht jetzt kaputt. Und stimmt, wir kommen doch gar nicht raus. Ah, okay, das ist jetzt hier, wo ich das Halter war. Alles klar. Und jetzt können wir diesen Weg nehmen. Aber ich schätze mal, ja, ich habe es schon gesehen. Der würde uns jetzt rausführen, dieser Weg. Alles andere wäre auch einfach nur zu krass. Denn jetzt ist gut hier. Und wir kommen, ah, in einen neuen Teil der Wüste. Okay. Cool. Was ist das hier immer? Das haben wir auch schon sehr häufig gesehen, diese Erdlöcher irgendwie. Oh, okay. Ah, okay, hier geht es zu dem Modora-Kolosseum. Genau, das ist dieses krasse Ding, was wir schon gesehen haben. Wüste, 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 Haltekun. Da sehen wir es noch. Okay, wir haben es tatsächlich geschafft. Der Dungeon ist abgeschlossen. Und hier ist das Modora. Alter, das sieht krass aus. Ja, aber ich glaube... Oder soll ich schon mal hingehen? Vielleicht können wir schon mal quatschen mit dem Tipp hier. Hallo. Oh, ein Fremder in der Umgebung hier. Seltsam. Ich bin Dr. Drews. Und ich erforsche das antike Modora-Kolosseum. Eine große Fee in der Wüste braucht meine Hilfe. Und deshalb muss ich einen Weg dort hineinfinden. Aber leider fehlt mir ein sehr wichtiges Utensil. Und zwar das legendäre Modora-Buch. Ja, es beinhaltet alle Lösungen für die Rätsel, die dort vor uns liegen. Aha. Du siehst mir wie ein Reisender aus. Der schon auf verschiedenen Orten gewesen sein könnte. Wenn du es schaffen solltest, dieses Artikel-Buch zu finden, dann bringe es zu diesem Ort. Okay. Okay, mach ich. Also, ich brauch nur ein Modora-Buch, um hier weiterzukommen. Okay, und das ist der Ort. Das sieht schon sehr, sehr krass aus. Hä. Und dieses Symbol, das sieht so aus wie dieses Symbol für Weiblichkeit. Dieser Spiegel, ne? Witzig. Naja, vielleicht muss Link ja das Geschlecht so umwandeln, um dort hineinzukommen. Wer weiß. Die Lösungen zu den Rätseln stehen ja nur im Modora-Buch. Also Link, ich würde mir schon mal Gedanken machen. Nicht machen. Mann, also wir kommen jetzt hier zu diesem Haus. Das sieht aus wie ein Chop. Oh, und erstmal weitere Skorpione. Das sind irgendeine Gegner. Kratz ab hier. Jawohl. Geh doch. Wart es. Bogen. Ja, wir können ja auch nutzen, um nicht so weit zu schießen. Das ist sehr gut. Und. Chop. Ja. Tatsächlich. Bei Tingle. Jawohl. Komm. Ich kann ihn doch abwerfen nochmal. Bäm. Das ist so geil. Ich liebe das, dass man die abschießen kann. Okay, was hast du denn im Angebot? Bomben. Okay, die brauche ich gerade eigentlich nicht. Pfeile. Okay, doch. Kann man machen. Herzen und ein rotes Elixier. Aber ich glaube, da brauche ich eine Flasche, oder? Ja. Du brauchst eine leere Flasche. Gut. Das heißt, ich würde dann zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen, wenn ich die Flasche habe. Weil sonst bringt mir das Ganze ja irgendwie wenig. Feuer gehört. Okay, hier hatten wir eine Höhle. Schauen wir doch mal hier hinein. Pfeile. Ja gut. Dass ich gerade welche gekauft habe, war natürlich unnötig. Ja komm. Das kann ich ja nicht wissen, dass die Pfeile sind. Wie mies. Es geht nochmal richtig groß weiter, wie es aussieht. Krass. Da sind weitere Skorpione. Und jetzt Sniper ich im Hall. Uh. Nice, der Schatz. Okay. Nehmen wir uns mal die Skorpione hier vor. Okay. Daumen gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Das finde ich gut. Aha. Und die haben wir noch einen Fluss. Schön. Der ist auch neu. Den gab es früher definitiv nicht. Okay. Ah, das sind auch die anderen Schalter. Okay. Hier geht es zur Wüstenarena. Und hier geht es in den Lost Woods. Da müssen wir hin. Was gibt es hier noch Schönes? Eine Abkürzung, oder? Ja. Das ist eine Abkürzung. In den Anfangsbereich. Genau. Ja, genau. Da ist die Höhle aus der Wärme gekommen. Ja, schön. Sehr, sehr gut. Dann hätten wir die Abkürzung auch noch gleich hergestellt. Dann schaue ich mal, dass ich den Eingang frei mache. Ähm, das auch noch. Genau. Hier haben wir alle drei. Ähm, wow. Die hat jetzt explodiert. Krass. Haben wir alle drei Schalter beisammen. Und können eigentlich schon weitermachen. Aber ich will noch kurz wissen, was sich hier in der Höhle befindet. Ein Rubien. Okay. Schön. Ja gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, machen wir hier eine kleine Pause an dieser Stelle. Ja, heute haben wir viele krasse Sachen gehabt. Diese Geisterquannel da als Endboss. Den krassen Dungeon abgeschlossen. Und hier noch ein bisschen düster erkundet. Im nächsten Part habe ich vor ein bisschen Secrets zu suchen. Wir haben jetzt ja mit dem Bogen und Bomben einige Möglichkeiten. Von daher würde ich das gerne nutzen, um, wie gesagt, einige Secrets uns anzuschauen. Das werde ich relativ kompakt zusammenschneiden. Ich schätze mal, wir werden da noch Zeit haben, um hier diese Höhle zu erkunden. Und ja, dann schauen wir doch mal, was uns noch so erwartet. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, dann schaltet auch gerne morgen wieder ein. Denn dort kommt dann die nächste Folge für euch. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Und damit bis zum nächsten Mal. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020